so willkommen leute zu einer neuen folge vom zoo 2 animal park und wir werden heute ein paar quests beenden da bei mir die schneehasen zucht geklappt hat wenn wir hier jetzt gleich den zweiten schneehasen einsetzen der level 3 ist und dann schmeißt man erstmal die level 1 hier denke ich raus wenn ich noch welche haben level 2, level 2 alles level 2 gut dann schmeißt man den teilen raus so da muss ich dann ganz nach unten scrollen wie immer da müssen die entwickler echt mal schon langsam was dagegen machen so mal gucken was wir als begonnen kriegen die kleinen schneehasen sind alle putzmunter das haben sie uns samt mod wirklich gut gemacht vielen dank frau doktor vogel für den artenschutz geben sagt und ich immer unseren bestes so die schneehasen zu hat hervor funktioniert als belohnen gibt es ein felsen eis putzel teil 17.300 münzen und 44.000 erfahrungspunkte so das ist schön das ist toll mal schauen was wir noch an sucht alles geklappt hat weil jetzt sind ein paar fertig das hat natürlich nicht funktioniert und das war schon das war schon so als nächstes wollen wir mal diese blümchen hier einen kaufen hier oder nicht einmal kaufen sondern ich habe ja welche in als puzzle teile da fehlen mir zwar noch ein paar aber das ist nicht so kritisch so da sind wir vollenden 60 noch so man stellen wir die moment auf machen zwischendurch die pferde brauchen die pferde brauchen schütter füchse auch so stellen wir die mal auf mal gucken ob es hier klappt ja noch mal zack jahre hat geklappt und das war schon sind keine belohnung nix die bank bank wald mal gucken ob ich sowas auch habe bank wald bitteschön so kriege ich auch nix dax so muss ich noch ein bisschen warten und ich züchte zeit noch die 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 wälder müsste ich nicht irgendwo jüngle noch züchten und habe ich das schon geklöst anscheinend habe ich die schmerz gut wir haben hier noch ein bisschen auf machen wir noch ein paar kisten auf So, hier die Hasenzucht hat ein bisschen wieder geklappt, bin jetzt Hasen Level 9, schwarz. So, hier ein bisschen sauber. Dann stelle ich mal die Zuchthaus hierher und versuche mal diese blaue Schöpfe zu züchten. Mal gucken, wie gut das funktioniert. Und ansonsten, ja, heute haben wir Montag wieder einen Arbeitstag, aber Gott sei Dank nur vier Tage, da wir einen ersten Meilen Feiertag haben. Ich kann mal schön zu Hause bleiben. So, da bin ich so weit, dann schauen wir mal gleich hier. So, was kann ich denn hier noch vollenden? So, das geht mal auf alles. So, das kann man auf jeden Fall schon mal tauschen. Das brauche ich nur, 3000 Puzzleteile, Tickets meine ich. Das ist schon nicht schlecht. So, das kann ich auch schon tauschen. Das kann man eh mit Geld kaufen. So, was kann man hier noch tauschen? Das habe ich, habe ich. Das könnte man vollenden, aber das hat auch keinen Sinn. Da, was sowieso hier. Gehege, tauschen, tauschen. Gehege, tauschen, tauschen. Gehege, tauschen, tauschen. Hat man hier noch irgend von Gehege und... Ja. Hier haben wir nichts weiter. Das kostet ein Diamanten. So, hier haben wir noch die Gehege tauschen. So, hier haben wir alles. Hier haben wir noch die Gehege tauschen. Ja. Da haben wir das für heute bester mal hier noch tauschen. Nicht alles auf einmal tauschen, sonst kommt man irgendwann mal in die Trilogie, dass man dann zu wenig Tickets hat. So, eine Kiste haben wir zum Öffnen. Das können wir gleich wieder eintauschen. So, das tauschen. Jawohl. Ja. So, dann, was denke ich für heute? Mal schauen, was noch mit unserem Club Haus so los ist. späten verlauf jetzt das sei halt ich glaube als letztes am 24 gespendet immer noch bei dem event mit bin als einziger der was gespendet hat aber ist ja nicht so schlimm war sowieso nicht so viele vielleicht immer neuen putzen teil aber das reicht ja uns schon so nach wenig unter 1500 lang gehen und wir sind zurzeit bei 1600 das ist eigentlich schon ne wir sind bei 120 den letzten warum zeigt wenn wir unter 1000 so plus egal was wir machen wir kriegen trotzdem ein plus in teil na gut wir haben ja weniger als 500 punkte aber das ist ja nicht schlimm so der clubhaus seit voll machen meine zucht chance aktion mit als nächstes macht man dann hier die mitgliederplatz 400 jahre das wird auch wieder eine lange zeit dauern 6 11 12 18 20 so dann bedanke ich mich fürs zuschauen ich wünsche euch noch einen schönen montag und auf wiedersehen tschüss